In diesem Video erfährst du, wie man das Videoschnittprogramm Shotcut auf einem Windows-PC oder Laptop installiert. Melde dich zuerst mit deinem eigenen Zugang auf dem GDC Moodle an. Klicke auf den Startseite-Button und wähle dann den Kursbereich Girls Digital Camps aus. Gib im Suchfeld den Begriff Videoproduktion ein. Und starte die Suche, um den Kurs zu finden. Wenn du den Kurs gefunden hast, klicke auf Zugang. Unter dem Titel Start Installation findest du den Download-Link für das Videoschnittprogramm Shotcut. Klicke auf den Link. Suche dann den Shotcut 64-Bit Windows-Installer und klicke darauf, um den Download zu starten. Sobald der Download fertig ist, kannst du den Installer durch Anklicken öffnen. Klicke nach dem Lesen der Lizenzvereinbarung auf I Agree und klicke anschließend auf Next. Setze ein Häkchen bei dem Punkt Create Desktop Shortcut in Klammern-Icon. Klicke dann auf Install und warte bis der Installationsprozess fertig ist. Klicke abschließend auf Close. Jetzt hast du Shotcut erfolgreich installiert und kannst es auf deinem Desktop mit einem Doppelklick öffnen. Klicke auf den Link. Klicke auf den Link. Klicke auf den Link. Klicke auf den Link. Klicke auf den Link.